Horst. Ich bin ein Horst. Ich bin ein Horst. Du hast doch das Schlachthaus, mit der hast du doch voll viel Wurst. Was? Ich habe doch das Schlachthaus und mit der habe ich voll viel Wurst. Das Tisch. Lagerausbau. Ich dachte du bist ein Carsten. Und ich dachte du bist ein Netter. Aber ihr seid alle nicht nett. Ich muss mal gerade ein paar Lagerhäuser ausbauen. Das geht mir hier alles viel zu langsam. Die ganzen Transportwege, die ich hier aufgebaut habe. Muss beschleunigt werden. Bei der anderen Schafzucht fehlt auch ein Brunnen. Das ist tatsächlich richtig. So. Jetzt bauen wir erstmal ein paar Lagerhäuser aus und dann würde ich sagen, bauen wir mal eine zweite Bauhütte. Und die bauen wir hier hin. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Irgendwo. So. So. Okay. So, die Bauhütte setzen wir mal ganz nach vorne. So. Die Hausierer sind jetzt auch endlich da. Das bedeutet, wir können mal ein paar Klamotten verkaufen. Nehmen wir das Gold mit, denn das Gold brauchen wir. Gelb klaut mir einen Sektor. So. Dieser Pisser. Du Spast. Ach, soll er machen. Ist nur Kohle. Scheiß auf die Kohle. Brauchen wir eh nicht. Ich habe so viel Kohle. Soll er den Sektor nehmen. Der klaut mir den nicht. Das ist Teamwork. Du hast nicht verstanden, was Teamwork ist. Ja. So, hier Wasser, Wasser. Ihr habt doch jetzt Wasser. Hol dir dein scheiß Wasser. Mann. Ich werde noch zum Choleriker bei dem Spiel. Da. Da. Hier hatten wir keine Schafzucht, oder? Ne. Hier hatten wir nur Mühle und Gedönse. Die Hütte kann ich auch aufrüsten. Die auch. Hier können wir noch ein Lagerhaus dazwischen setzen. Hol dir den Sektor, wo Gelb kämpft. Ne, den hole ich mir nicht. Ich spiele World of Tanks, um Kills zu stilen. Und Kills, den ist auch kein Teamwork. Achso. Nicht? Oh, dann habe ich das immer falsch gespielt. Ich habe immer nur auf die geschossen, die ganz wenig Leben hatten. Ich kenne die Definition von Team, toll ein anderer macht. Ja, so kenne ich es dann auch. Dieser Stream Delay nervt. Da kann ich leider nichts machen. Das ist schon... Ich habe den schon auf Niedrig Delay gestellt, tatsächlich. Aber da kann man nicht viel dran ändern. So, hier habe ich jetzt ein Wohnhaus mit drei Dingern und da ist nichts dran. Da kann ich mal zum Beispiel sowas hier bauen. Und dann kann ich noch sowas hier bauen. Und dann kann ich hier auch noch sowas bauen. Ja, Stream Delay, das ist leider so. Normalerweise ist es halt Jan Delay. Hier ist es halt der Stream Delay. Da kannst du einfach machen, was du willst. Überall ist er. Manchmal sein Bruder, manchmal er selber. So. Dann noch Daggerhaus. Du Schuft hast mir meinen Sektor genommen. Aber ich habe es ja gewusst. Ich wurde ja darauf hingewiesen. Ich habe dir den geschenkt. Kann ich den hier haben? Da ist Fisch. Ich bin voll der Fischgeier, ne? Wie so ein Adler, der unbedingt immer nur Fische haben will. Ich bin eine Möwe. Ich bin eine Möwe. Ich brauche Fisch. Meins. Meins. Mein Fisch. Lagerhaus. Was passiert hier? Hier passiert ja gar nichts. Upgrade. Ich glaube, wir sollten die Wohnhäuser direkt mitnehmen. Einmal alle Wohnhäuser upgraden. Zap, 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 zap. Wie sieht das aus? Wir machen noch ein bisschen hier nur Witzen. Und erforschen noch ein paar Sachen. Zum Beispiel das und das. Das ist gut. Mehr Münzen für Kleidung. Finde ich gut. Wir brauchen mehr Münzen für Kleidung. Ich habe das Gefühl, 10.000 Fische in der Gefriertruhe. Wenn du welche abhaben möchtest. Ach, du hast gefühlt. Ich habe gelesen, ich habe das Gefühl. Aber du hast gefühlt 10.000. Ach so. Ja, schmeiß rüber. Nehme ich. TK-Ware ist auch in Ordnung. Überhaupt kein Problem. Entweder benutze ich sie dann als Munition und schieße sie auf meine Gegner. Oder ich taue sie auf. Für meine Leute. Mache ich dir ein bisschen feuern unterm Hintern und dann geht das schon. Wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Bauhütte nochmal upgraden. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ups. So, damit hier ein paar mehr von den Yogis rumlaufen, dass alles ein bisschen schneller geht. Wie sieht das hier aus? Klamotten-Technisch. Wenn du Platz hast, kannst du ja 6 Getreideschein und 3 Schweine zuchten und 9 Metzgereien bauen. What? Das funktioniert. 3 Schweine zuchten? 9 Metzgereien? Vergiss nicht die Burgfass 50 Münzen. Yo, ich vergesse sie nicht. Ich hole mir noch eben die letzten Münzen. Aber, äh, so. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Als nächstes sehen wir noch die geheime Verführung. Auf bessere Verpflegung. Ja, 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 ja. Ich habe meine Metzgerei ja auch aktuell auf bessere Verpflegung. Geure Ausbau fertiggestellt. Das läuft ja. Das läuft ja gerade. Das läuft ja. Machst insgesamt plus. What? Euer Gebäude wurde ausgebaut. Wieso brauchen die denn immer noch Wasser? Ich glaube, ich muss meine Lagerhäuser nochmal aufrüsten. Die kriegen es gerade nicht geschissen, noch ein bisschen Wasser zu schöpfen. So. Du noch. Du bist. Du. Du. Ja. So. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, ich, äh, ich weiß, dass... Gebäudeausbau fertiggestellt. Ich weiß, dass hier... ...ein paar... ...Wohnhäuser vonnöten sind. Neue Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Es schauen doch meistens nur die Leute, äh, die Spiele, die das dann auch noch spielen, oder? Weil ansonsten ist das ja so ein bisschen in Vergessenheit, oder? Meine ich das nur. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das Spiel nicht spielen und die YouTube-Videos oder den Stream gucken. Ähm, aber das... Da kann ich mich natürlich auch täuschen. Das weiß ich nicht. Wäre jetzt nur so eine Einschätzung. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Aber wenn, sollte er doch das Schlachthaus benutzen als Metzger. Wenn du drei Schweine zum besseren Verpflegung hast, bekommst du neun, gibst aber auch drei dafür aus. Dann kriegst du von drei Schweinezuchten immer noch doppelt so viel. Gewinn. What? Ich spiele es nicht und schaue dich trotzdem. Ja, du bist aber nur hier, um zu hetzen, die Fighter. Hi, Steffi. Schön, dass du auch da bist. Hier ist richtig was los heute. Richtig cool. Okay, ich habe aber das System verstanden. Du bezahlst sechs, äh, sechs bessere Verpflegungen, um acht zu bekommen. Oder? Nee. Nee, warte mal. Du hast was? Du machst drei bessere Verpflegungen und neun. Das heißt, du gibst zwölf aus und bekommst 18. Richtig? Aber dafür brauchst du halt Unmengen an Platz. Das ist das Problem. Wo soll ich das machen? Hier könnte ich... Hier, da die Schweine... Boah, das wird aber knapp, ey. Das wird knapp, ne? Hier könnte ich... Hier könnte ich eine bauen. Schlachthaus in dem Stadtsektor. Was? Was für ein... Stadtsektor. Hier? Hier ist ein Schlachthaus? Gebäudeausbau fertig. Ah. Ah. Aha. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Gebäudeausbau... Das wusste ich nicht. Das ist dann tatsächlich eine wunderbare Idee. Hier mache ich Getreide. Oh. Hier muss ich Geologen machen. Ich habe, glaube ich, Kohle ohne Ende, oder? Ja. Und hier unten mache ich Getreide. Fuck. So, und jetzt muss ich halt noch irgendwie die Schweinezuchten unterbringen, ne? Hier kann ich schon mal drei machen. Und dann brauche ich da natürlich auch... Äh. Wieder Wasser. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelshaus. Kannst du jetzt die Münze zur Burg schicken? Danke fürs Erinnern. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Hier. Zack. Ihr seid super, ja. Aber überfordert mich bitte nicht. Ihr überfordert mich leicht. Ich bin Casual Gamer, das wisst ihr. Ihr guckt mich ja mittlerweile so ein bisschen. Johannes, ich spiele es auch nicht. Ich liebe einfach nur die Siedler. Ja, klasse. Geil. Du gibst drei aus, bekommst neun. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Drei ausgeben, hast du trotzdem noch sechs. Okay, ja klar. Kannst du jetzt Münze, dann lest mal bitte meine Nachricht. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, ich lese doch. Leute, keep cool. Ich habe noch nie so einen aktiven Chat gehabt. Ich habe noch nie. Wir sind E-Sport-Siedler. What the fuck, ey. Ihr seid richtig krank, Leute. Samstag, den 9.12. Gibt es hier auf Twitch ein großes Gewinnspiel. Apropos Gewinnspiel. Ihr könnt heute auch wieder beim Gewinnspiel mitmachen, wenn ihr wollt. Einfach Ausrufezeichen Gewinnzahl. Habt ihr die Chance auf ein Spiel? So, die kann ich hier alle wieder abreißen. Braucht allerdings 50 Coins. 50 Coins braucht ihr. Nein, mach ich nicht. Ich habe da jetzt gerade keine Lust drauf. Hi, der Zocker. Schön, dass du da bist. Willkommen zum Siedler-Stream am Mittwoch. Ja, Münzen hast du genug. Habe ich was falsch gemacht? Warte, ich gucke kurz. Glückszahl. Sorry, Glückszahl heißt es. Ich habe mich vertan. Du musst Glückszahl eingeben. Steht aber auch unten im Stream. Im Namen. Boah, krass, dass ihr alle da seid. Wahnsinn. Boah. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ey. Ihr seid verrückt, Leute. Ihr seid echt verrückt. Ich möchte die Kirche ausbauen. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Prestige. Prestige. Kirche. Kirche. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Euer Gebäude wurde ausgebaut. 88. Okay, warte, ich muss aufschreiben. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich bin sofort... Warte. Äh, Krieger 88. Alles klar. So, ähm, wir haben langsam ein Werkzeugproblem, merke ich. Aber dafür haben wir unsere Werkzeugmacherei. Hashtag kein Nazi. So gut. Welche Ränge gibt es bei dir und wann? Das musst du leider herausfinden. Und die Ränge kommen immer, äh, stückchenweise. Da gibt es keine genaue Zahl. So, ich baue hier noch irgendwo... Ich brauche irgendwie mehr Wasser, habe ich das Gefühl. Hallo? Spiel? Oh, diese Facebook-Nachrichten immer. Ich baue da noch einen Brunnen hin. Wollte gerade die Frage stellen. So, wir können wieder ein bisschen Gold schöpfen. Bei wie vielen Stunden bist du gerade? Ich muss euch leider schon wieder verlassen. Habt noch viel zu tun, aber vielleicht schaue ich später nochmal rein. Vielen Dank, dass du da warst, Nico. Echt cool. Vielleicht bis später. Würde mich sehr, sehr freuen. Kampagne oder Multi? Ja, es ist Kampagne. Ich bin auch in der Kampagne. Hast du einen General bekommen? Ja!